Hallo, geliebtes Wesen. Ja, wir sind der Himmel, der Himmel im Himmel. Was heißt der Himmel? Das ist nur das Gewahrsein vom vollkommenen Einssein. Ja, heute die Lektion 149. Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Und der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Ja, was heißt das? Wenn ich mich für den Himmel entscheide, geliebter Bruderschatz, dann entscheide ich mich für mich selbst, weil ich die Ausdehnung Gottes bin und das ist der Himmel. Der Himmel ist das vollkommene Einssein von dir und dem Vater. In der deiner Ganzheit. Und um die Ganzheit geht es auch. Denn wenn ich die Ganzheit bin und ich bin die Ganzheit, das kann ich nicht verändern. Es gibt nur einen Geist. Dann kann es auch nicht anders sein, dass wenn ich vollen Herzens meine wahre Identität annehme, dass dann sich die auf alle ausdehnt. So heißt es auch im Kurs. Licht in Allgeist ist Licht in Allgeist. Also wenn wir gemeinsam unsere Herrlichkeit annehmen, die wir sind. Und wir sind herrlich. Bruderherz, wir sind das schönste und heiligste, unbegrenzte, wunderbare Wesen. Ja, wir nehmen uns jetzt an. Das entscheiden wir gemeinsam. Und damit nehmen wir jeden Bruder an. Wir sind die Freude, die Liebe, das Ewigglück, der Frieden. Und indem wir anerkennen, dass wir alle eins sind, vom Vater gleich erschaffen. Da gibt es keine Konkurrenz. Wo soll es da Konkurrenz geben? Wir lieben uns, wir lieben uns. Und Liebe ist ausschließlich in der Gleichheit. Nur wenn ich dich als gleich anerkenne, dass wir eine Identität teilen, das ist so eine Freude. Tu das mal jetzt mit mir. Über sieh den Körper, schau dahinter zum Licht. Und sag dir, ganz tief im Herzen, ja, das bin ich. Ich bin du und du bist ich. Der Christus in mir ist der Christus in dir. Und wir sind eins mit Jesus Christus und lieben uns im Vater. Ach, das ist so eine Erholung. Diese ganze Trennungsmisere ist dann fort. So, steigen wir mal ein. Ich gehe wieder in die Einleitung. Heute habe ich sie aufgerufen. Das ist so, wenn wir was wiederholen, dann fängt der Geist es langsam anzunehmen. Unser Geist ist ja so gewohnt, falsch zu denken. Und wir trainieren ihn, jetzt sich für die Wahrheit zu öffnen. Und darum wiederholen wir auch diese Lektion. Diesmal im Bewusstsein, dass wir uns auf den zweiten Teil des Lernens vorbereiten, wie die Wahrheit angewendet werden kann. Heute wollen wir beginnen, uns auf die Bereitschaft für das zu konzentrieren, was als nächstes folgen wird. Dies ist unser Ziel für diese Wiederholung und die darauf folgenden Lektionen. Daher wiederholen wir die kürzlich durchgenommenen Lektionen, ihre zentralen Gedanken in einer solchen Weise, dass die Bereitschaft gefördert wird von meinem Geist, die wir jetzt erlangen möchten. Und da gibt es das wunderbare zentrale Thema, das alles vereinheitlicht. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Ich bin im Gott geblieben und du auch, geliebter Schatz. Wir sind immer noch im Vater zu Hause und erwachen zu dieser Tatsache. Das ist eine Tatsache und stellt die Wahrheit dessen dar, was du bist und was dein Vater ist. Wir teilen einen Geist. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Und dieser Gedanke ist es, durch den der Vater den Sohn erschuf und ihn als Mitschöpfer neben sich selbst einsetzte. Du bist Schöpfer, denn du, als ein ganzer heiliger Sohn, hast dich ausgedehnt zu deinen heiligen Schöpfungen, die wir miteinander teilen, denn wir sind ja eins. Eben dieser Gedanke ist die volle Gewähr für die Erlösung des Sohnes für deine Erlösung, für meine Erlösung. Denn in seinem Geist können keine Gedanken wohnen außer denen, die sein Vater mit ihm teilt. Klar, ich bin dein Sohn, Vater und mein Geist ist eins mit deinem und nur deine Gedanken sind die meinen. Das sind die Gedanken der Freude, der Liebe, des Friedens, des Glücks. Aber die mangelnde Vergebung sperrt diese Gedanken aus dem Bewusstsein aus. Und alles, was wir in dieser Welt gemacht haben, hindert uns, die Wahrheit anzunehmen. Das müssen wir klar verstehen. Die Welt, die wir gemacht haben, hat keine Ursache in Gott, in der Liebe. Sie ist der Ausschluss der Liebe. Und Krankheit, Leid und Tod scheinen hier zu sein, aber sie sind nicht wahr. Denn alles, was lebt, lebt in Gott und ausschließlich in Gott. In dieser Welt, der Körper, der Form, wo alles stirbt, gibt es kein Leben. Das, was stirbt, hat nie gelebt und das, was lebt, lebt ewig im Vater. Das ist die Wahrheit, zu der wir jetzt erwachen und alle erwecken, mit uns gemeinsam. Ja, das sind alles nur Abwehrmechanismen. Die ganze Welt, die wir sehen mit den Körperhagen, ist eine Abwehr gegen das, was wirklich ist. Dein Geist birgt jedoch nur das, was du mit Gott denkst. Deine Selbsttäuschung können nicht an den Platz der Wahrheit treten. Das ist so wunderbar. Du bist nach wie vor wie Gott dich schuf. Du kannst deine Heiligkeit, deiner Vollkommenheit nicht verlieren. Sie ist im Vater garantiert. Wir sind eins im Vater geblieben. Das ist alles, was wir sein wollen. Und wir haben uns immer geliebt. Und wenn du das anerkennst und fühlst, dann ist das ganze Drama aufgehoben. Wo bleibt die Welt, wenn wir anerkennen, dass wir immer nur Liebe wahren? Und unsere wahren Schöpfung anerkennen, die uns immer geliebt haben und immer lieben. Und die wir immer lieben. Und so beginnen wir jeden Tag mit der Vorbereitung unseres Geistes. Mit diesem herrlichen Gedanken. Mein Geist bückt nur, was wir mit Gott denken. Und was ich mit Gott denke. Und wir säubern unser Geist von allen anderen Gedanken. Und allein diese fünfminütige Vorbereitung mit diesen einen Gedanken reicht aus, den Tag in Bahnen zu lenken, des Friedens, der Freude, der Liebe, die Gott bestimmt hat. Und ihm großgeschrieben, also dem Heiligen Geist, die Obhut, über alle Gedanken zu geben, die du an diesen Tagen empfangen wirst. Und das sind die Gedanken, die von jedem kommen, wenn ich ihn in der Wahrheit sehe. Ich empfange die Liebe des Vaters durch jeden Bruder, dem ich vergebe. Und er, der Heilige Geist, empfängt auch meine Liebe. So sind wir vereint im Vater im Glück. Und sind wieder erwacht in dem, was für ewig sind. Und ja, und nach der Vorbereitung lesen wir dann diese beiden Lektionsgedanken durch. Heute, wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Und ich treffe die Entscheidung für den Himmel, das ist etwas anders formuliert. Ich lese es gleich vor. Und da ist keine Eile. Wir sagen diese Gedanken langsam vor, schließen die Augen und lassen den Heiligen Geist uns zeigen, was in diesen Gedanken enthalten ist. Und dann vergegenwärtigen wir uns noch jede Stunde wieder diese Gedanken. Und wir lassen uns Zeit, damit wir wirklich erfahren, was wir empfangen, was diese Gedanken enthalten. Und lass sie dort empfangen werden, die Gaben, wo es ihnen bestimmt war zu sein. Wir lassen einfach diese Gedanken die Botschaft sein. Wir brauchen nicht mehr als dies, um Glück und Ruhe und endlose Stille und vollkommene Gewissheit und alles das zu geben, wovon der Vater will, dass wir es als Erbe empfangen, dass wir von ihm haben. Das ist nicht wunderbar. In jedem dieser herrlichen Gedanken ist sozusagen das ganze Erbe des Vaters. Und indem wir das zulassen, sind wir gesegnet und können alle segnen. Wir schließen so, wie wir begonnen haben, indem wir zuerst den Gedanken wiederholen, der den Tag zu einer besonderen Zeit des Segens und des Glücks für uns gemacht hat, durch unsere Treue die Welt von der Dunkelheit dem Licht zurückerstattet hat. vom Gram zur Freude, von Schmerz dem Frieden und von der Sünde der Heiligkeit. Das ist nicht wunderbar. Mein Geist bückt nur, was ich mit Gott denke. Die Freude, die Liebe, das Glück, die heiligen Gedanken Gottes, die ich mit jedem teile, bringen uns alle wieder zur Freude zurück. Und Gott sagt Dank, der du auf diese Weise übst, dein Wort zu halten. Und bevor wir schlafen gehen, wiederholen wir noch einmal, um jetzt wirklich herzlich uns zu öffnen und mit Herz und Seele das anzunehmen, was der Vater uns geben will. Und er ist dankbar. Und seine Dankbarkeit umgibt dich dann mit jenem Frieden, in dem Erwillen, dass du auf immer sein sollst, auf den du jetzt lernst, als dein Erbe wieder Anspruch zu erheben. Also wir sind der Frieden. Wir sind die Freude. Wir sind das Glück. Wir sind vom Vater so erschaffen. Ach, ist es eine Freude, Bruder, mit dir eins zu sein und dich zu lieben, so wie du wirklich bist. Einfach nur Freude. Ja, und die Lektion noch einmal, wiederhole ich sie. 149 Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Das ist die Lektion 137. Und 138 Der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Ich wiederhole. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Ja. Schon bin ich im Vater. Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Ja, ich bin das Ganze. Und wenn ich geheilt bin, dann heile ich mich als Ganzes. Ich nehme meine ganze Zeit an. Meine Herrlichkeit, meine Vollkommenheit. Jawohl, im Vater. Und da bin ich eins mit dir. Da sind wir alle geheilt und vollkommen, so wie uns der Vater schuf. Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Und du auch. Und das gilt für jeden. Also wenn ich die Heilung annehme, dann nehme ich sie für mich als Ganzes an. Dann muss die ganze Welt mit mir geheilt werden, weil ich die ganze Welt bin. Ich bin das Ganze. Ja. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich lese dir nochmal einen Text dafür vor. Durch die Ganzheit finde ich die Antwort des Lebens. Das Wunder des Lebens ist, dass das Ganze sich erinnert und das gesamte Leben in sich unterstützt. Die Teilung dieser Systeme müssen sich nicht neu erstellen oder sich selbst reparieren. Nein. Das Ganze erinnert und liebt. Um einen Teil deines Lebens zu erlösen, brauchst du nur das Ganze erinnern und ehren. Das Ganze wird dich erinnern und ehren. Das ist nicht aus dem Kurs, sondern aus einem Buch. Wie nennt sich das? The Keys of Joshua. Aber Jesus hat mich eben gebeten, das vorzulesen. Also ist es im Einklang mit dem Kurs. Im vollen Einklang. Also ich bin das Ganze. Und in der ganzen Zeit liebe ich mich als Ganzes. Denn wenn ich die ganze Zeit bin, dann will ich auch keinen beschuldigen. Dann will ich keinen angreifen. Dann will ich wirklich mich als Ganzes heilen. So. Und jetzt 138. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Aber ja, ich bin der Himmel, eins mit dem Vater. Ewig. Seine Ausdehnung, die ganze Zeit. Und was ist der Himmel? Es ist kein Ort. Es ist das Gewahrsam von vollkommenem Einssein. In vollkommener Freude, ewig der Himmel zu sein. Es ist die Freude. Die ganze Zeit ist die Freude. Und ohne die ganze Zeit, Bruder, gibt es keine Freude. Nimm heute vollen Herzens mit mir die ganze Zeit an. Du merkst schon, ich bin in voller Begeisterung. Und wenn wir die ganze Zeit annehmen, die Liebe, die Freude, die wir sind, dann ist das Ego aufgelöst. Es hat es nie gegeben. Die Welt hat es nie gegeben. Gott ist. Und dann hören wir auf zu sprechen. Und wir sind daneben. Das ist alles, was es gibt. Gott ist. Die Liebe ist die Einzelwirklichkeit. Und wir sind seine Ausdehnung. Nichts als Liebe. Die Liebe ist immer nur Freude. Wir sind gesegnet als sein Sohn. Und jeden Moment, jeden Augenblick, dehnt sich der Vater zu dir aus. Als sein Sohn. Und damit ist die ganze Vergangenheit aufgehoben. Und die Angst ist aufgehoben. Denn Liebe kennt keine Angst. Es gibt nur zwei Gefühle. Entweder Liebe und Freude oder Angst. Aber Angst haben wir gemacht. Indem wir die Liebe annehmen, was wir heute tun. Heilen wir den Geist. Befreien ihn von der Angst. Nehmen die ganze Zeit an. Den Himmel, der wir sind, Vater. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag. Ich bin dankbar, dass du einst mit mir bist. Wir sind der Himmel in Himmel. Ich liebe dich.